Hallo und willkommen zu unserer zweiten Kakerlakenparty, das Hörspiel. In diesem Video hört ihr alle Anrufe noch einmal zusammengefasst aus der vergangenen Woche. Bedeutet, das sind hier leider keine neuen Videos. Allerdings habt ihr euch immer wieder in den Kommentaren gewünscht, dass ihr eben auch Videos ohne meine Kommentare bekommt. Und da dachte ich mir, ich mache daraus ein Hörspiel und ihr bekommt alles hintereinander weg. Wenn euch dieses Video gefällt, dann drückt gerne den Daumen nach oben, wenn nicht, dann natürlich auch nach unten. Dann weiß ich, dass ich solche Videos eben nicht mehr machen soll. Von dem Zeitaufwand her ist es für mich in etwa das gleiche, als würde ich hier ein ganz normales Video schneiden. Vergesst natürlich den Abonnieren-Button nicht, wenn ihr noch andere Videos von mir hören wollt. Und ganz zum Schluss findet ihr natürlich auch noch die Playlist mit allen anderen Videos. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo, spüße ich mit Herrn Kakerlstein, ja? Hm. Hm. Bitte? Ja. Ja. Herr Stein, mein Name ist Nina Ockenfors. Ich rufe Sie übergängiger Interesse auf den Finanzmarkt. Ja. Sie sind bei uns vergrößt, ja? Ja, das ist richtig, ja. Von welcher Webseite rufen Sie denn an? Bei Ihnen kriegst du in der Leitung. Was machen Sie denn da? Machen Sie denn da? Verbrechen, Herr Stein. Bitcoin Pro ist unsere informative Seite, ja? Sie haben das im Internet gesehen, ja? Und dort haben Sie Ihre Daten eingegeben. Und die Plattform, was Sie für Handel anfangen brauchen, ist elixolutions.co. Sie waren auch online auf unserer Plattform, ja? Ja, können Sie mir die Seite mal buchstabieren, dann kann ich die hier mal eingeben. Sie sind jetzt am Computer, oder? Ich bin am Computer, ja. Dann schreiben Sie bitte, also zuerst öffnen Sie bitte die frische Seite, dann ganz oben auf der Website link, schreiben Sie bitte Was haben Sie geschrieben, sagen Sie mir bitte? Na, E-L-I-T-L-S-O-L-U Genau, dann T wie Toto Ja Ja I wie Ida Ja Ja O wie Otto Ja Ja N wie Nussholz Ja Es die Siegpflicht Ja Punkt Hm C wie Cäsar Hm O wie Otto Hm Dann drucken Sie bitte auf Enter, dann wechseln Sie auf Ihre Bildschirm So, jetzt habe ich hier so eine, so eine weiße Seite mit goldenem Zeiger und so, aber was kriegt es denn da bei Ihnen so in der Telefonleitung? Das ist ja furchtbar. Telefonieren Sie auf Lautsprecher? Ich denke, Sie telefonieren Sie derzeit mit Lautsprecher, Herr Stein, weil... Nee, nein, dann würde das ja nicht zufrieden Ja, aber machen Sie mal den Lautsprecher da bei sich aus Ich telefoniere nicht mit Lautsprecher Naja doch, sonst würde ja kein Kriegchen in der Leitung sein Ach, Herr Stein, schau, also bin ich ganz sicher, dass Sie selbst haben Sie jetzt Lautsprecher, ja? Das ist die erste. Zweite, Herr Stein, mein Job ist Ihnen helfen und alles erklären, ja, wie das alles läuft und funktioniert bei uns, ja? Wenn Sie Interesse haben und wenn Sie brauchen Infos, ja, bin ich ganz sicher, Sie können 12, 15 Minuten Zeit also telefonieren, ja? Verbindung ist nicht so schlecht, ich denke, davor. Na, wie gesagt, das quietscht ja bei Ihnen in der Leitung Also Sie können nichts hören, oder? Ja, ich kann schon hören, aber es quietscht ja, wenn ich rede Ja, kann ich leider nicht ändern, in diesem Fall Klingt ja extrem seriös Sie sind doch sehr, sehr seriös, ich denke Naja, aber Sie ja nicht mit der quietschenden Leitung Ach, Herr Stein, wir sind ja viele hier, ja? Ja, das spielt ja keine Rolle, ob da viele sind, aber Sie können ja mal das quietschen irgendwie abschalten Weiß ich nicht, regeln Sie da mal Ihre Technik Herr Stein? Ja, ich höre Sie schon Aber es wäre schön, wenn Sie da mal Ihre Technik irgendwie organisieren könnten, dass das nicht quietschende Leitung Ja, natürlich kann ich verstehen, was Sie sagen, aber wenn die Qualität des Telefongesprings nicht angenehm ist, dann zahle ich doch da kein Geld ein Ja, ich höre auch von Ihrer Seite sehr, sehr schlecht Verstellen Sie mich? Vielleicht gibt es sich generelle Probleme bei Ihnen Ja, genau, jetzt ist der Kunde schuld Ich glaube, Sie haben ja wohl einen kompletten Dachschaden Aha Herr Stein, machen wir es so, ja? Wenn Sie Interesse haben, dann kann ich alles erklären Wenn Sie nicht, dann möchte ich natürlich auch mein Zeichn nicht verworren, ja? Geht es Ihnen eigentlich noch gut? Geht es Ihnen eigentlich noch gut? Hallo? Ja, ja, hallo Ja, hallo Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie Ja, ich höre Sie Genau Haben Sie Interesse? Hallo, spreche ich jetzt mit Gerold Steiner Also, mein Name ist Helga Katz und ich bin Accountmanagerin bei InVivoCapitals Wie geht es Ihnen? Ja, geht so, und selbst? Also, danke, auch gut Ich rufe bezüglich Ihrer Anmeldung bei uns an Sie haben sich registriert bei Bitcoinsystem, um online zu handeln, richtig? Kann sein, ja, auf welcher Seite denn? In VivoCapitals Also, als Accountmanagerin möchte ich Ihnen selbst einige Fragen stellen um Sie besser kennenzulernen und Ihre Bedürfnisse und Ziele zu verstehen Also, sagen Sie, haben Sie schon Erfahrung mit dem Handeln? Ähm, mit Handeln, ja Also, und haben Sie mit Aktien oder mit Kryptowährungen gehandelt? Ne, sowas noch nicht Also, und mit welchen Indizes haben Sie gehandelt? Womit? Na, hier auf Ebay, Kleinanzeigen, da habe ich öfters gehandelt Mit Fährungen, ja? Oder also, Ebay-Aktien, ja? Ne, auf Ebay Kleinanzeigen Oder, so, womit haben Sie gehandelt? Na, wenn ich da was online gestellt habe, dann fragen ja die Leute meistens, ob man den Preis günstiger machen kann Und da sage ich dann meistens ne Also, ich meine, haben Sie schon Erfahrung mit dem Handeln an dem Finanzmarkt? Ja, habe ich ja gerade gesagt Ist ja Finanzmarkt und Handeln So, womit haben Sie gehandelt? Für was man halt so rumliegen hat, mal ein alter Fernseher oder ne alte Playstation So, mit Aktien, ja? Ne Mit Währungen? Ja, man handelt ja den Preis runter, also ist ja dann schon ne Währung, ja Ach so, ja, verstehe, verstehe Und sagen Sie, wie alt sind Sie? Ich bin 29 Einundzwanzig Einundzwanzig Ne, neunundzwanzig Zwei neun Zwei neun Verstehe, verstehe Und was machen Sie beruflich? Beruflich? Wollen Sie das wirklich wissen? Das ist einfach für Ihre Portfolios Also, das ist einfach eine kurze Frage Ach so, ich drehe Sexvideos Nochmal? Ich drehe Sexvideos Ach so, verstehe, verstehe Ich muss einfach überprüfen, dass Sie sind kein Journalist, kein Politist, kein Politiker Sind Sie einer? Ne Wie gesagt, also ich glaube als Politiker, wenn man Sexvideos dreht, kommt nicht so gut, glaube ich Ich meine gut, bei unserer heutigen Politik weiß man ja auch nicht Was? Sie verkaufen diese Videos, ja? Ja, ja, genau Ach so, verstehe Und sind Sie verheiratet oder haben Sie Kinder? Ich bin verheiratet und habe keine Kinder Ach so, und sind Sie in Deutschland geboren? Ja, und Sie? Nein Okay Und sagen Sie, haben Sie Schulden bei der Bahnkirche? Brauchen Sie Betrecken? Ne, Schulden habe ich nicht Keine Schulden Sie haben kein Schufa oder haben Sie positive? Was habe ich für ein Ding? Ich meine, haben Sie Schufa oder haben Sie kein Schufa oder vielleicht positive? Na, gerade haben Sie mich doch gefragt, ob ich Schulden habe Und wenn ich Nein sage, dann hat es doch die Frage gleich mitbeantwortet Okay, Sie haben kein Schufa, verstehe ich richtig? Ja, denke schon, ja Also Sagen Sie, verstehe ich richtig, Sie sind nicht insolvent, ja? Das haben Sie mich doch gerade jetzt zweimal schon gefragt, ob ich Schulden habe Ob ich in der Schufa bin, das ist doch alles die gleiche Frage Nur ein anderer Wortlaut Okay, verstehe, verstehe Und sagen Sie, welche Ziele haben Sie? Ich meine, warum haben Sie sich bei uns registriert? Wollen Sie das alles ausprobieren? Oder haben Sie schon eine konkrete Ziele? Na, die Idee war, ich hatte da Bock mal so eine Million zu machen Dann kann ich mich auf dem Aller absetzen Dann kann ich mir den ganzen Quatsch hier sparen Denn ich meine, dann muss ich dafür nicht arbeiten, dass ich Tittenvideos machen kann Ah, so, verstehe, verstehe So, jetzt erkläre ich Ihnen, was unser System ist Unser System ist vollautomatisch Und mit Hilfe von technischer und fundamentaler Analyse Findet es die beste Zeit, um Positionen zu öffnen und schließen So, um ganz einfach zu erklären Unser System kauft und das Wert ist billig Und verkauft und das Wert ist hoch Junge Lady, machen Sie mal nicht so schnell Menschen haben immerhin das Recht, auf Hochdeutsch korrekt verarscht zu werden Ich kann langsam entsprechen, Zeit zu B Also, soll ich von Anfang alles erklären? Ja, nochmal ganz langsam, genau Weil die goldene Regel ist ja, wer das Gold hat, bestimmt die Regel Ja, also Unser System kauft, wenn das Wert ist billig Und verkauft, wenn das Wert ist hoch So, das bedeutet, Sie können von unterschiedlichem Preis Geld verdienen Und natürlich, Sie werden Hilfe von Ihrer persönlichen Manager bekommen Er wird Ihnen mit Einstellungen vom System helfen Und alles auf unserem Plattform zeigen So, das bedeutet, Sie werden nicht allein sein Haben Sie keine Angst Hm? War das eine Frage? Nee Kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen Socken und Investieren? Was meinen Sie nochmal? Ob Sie den Unterschied kennen zwischen Socken und Investieren? Bei unserer Firma gibt es so viele Möglichkeiten, mit welchen können Sie handeln Aber sagen Sie nochmal, Sie sind kein Journalist, ja? Nee, warum? Also Ich kann Sie kaum verstehen Nur schon ganz toll So, so, ist es jetzt ein bisschen besser? Jetzt ist es besser, ja Okay, und Herr Steiner, es geht um Ihre Anmeldung Sie haben sich damals noch bei den Wahlenvc über den Bitcoin registriert Sie haben auch mit der Mitarbeiterin gesprochen Die Frau Ella Jakobs Kennen Sie die Frau Jakobs doch zuordnen? Nee, eigentlich nicht Okay, so jetzt eigentlich nach Ihrem Anruf hat das kleines Kind geweint, ja? Nach diesem Anruf Weil Sie waren ziemlich unseriös bei der Frau Jakobs Sie hat gerade die Finanzabteilung, weil die ist gerade jetzt im Spital gelandet Wegen den Tränen, weil die hat auch ein Herzinfarkt bekommen Und zwar, Sie bekommen das einmal per Post Einmal schriftlich und einmal per Fax Und zwar, Sie würden sich bei, der Rechtsanwalt heißt Dominik Schneider Für die Aktivierung Und zwar, weil die Frau in Koma ist Und Sie können sich ja selber private Kontoberaterin aktivieren Weil die jetzt in Krankenhut ist Die ist krank geworden Und zwar würde ich fragen, wie die, wegen der Kontoaktivierung Würden Sie diesen Anrufs-Account aktivieren Mit der E-Mail-Adresse Gero.steiner.mdcc.fun.de Glaubt Ihnen irgendjemand den Scheiß, den Sie da gerade erzählen? Natürlich, Sie sind der Erste Ah ja, okay Genau Haben Sie eine schriftliche bekommen, mein Lieber? Nö, ich bin von der Frau Von der Frau Ella Jakobs Von der Ella Jakobs Kennen Sie das Frau Jakobs? Nö, bin ich nicht Die ist im Spital wegen Ihnen Also die mit dem Fake-Namen, meinen Sie? Die mit dem Fake-Namen? Mhm Äh, Frau Jakobs, haben Sie einen Fake-Namen? Nö, die sagt nein Ich dachte, sie liegt im Krankenhaus Wie können Sie so dann fragen? Du kommst mit deiner eigenen Lügen-Geschichte nicht zurecht Ich hab das direkt in der Vorwahl, mein Lieber Ich hab den kleinen Knopf Und dann klickt es direkt in das Spital Ja, die liegt so im Bett So schief und hat sie einen Kopfhörer Weil die hat sehr viele Kunden bei der Börse Und die muss immer, äh, die muss immer reichbar sein Ja, ja, den einzigsten Knopf, den du da wahrscheinlich haben würdest Wirfst, ist die Klingel Damit ihr eure Abzocke feiern könnt im Hintergrund Und alle klatschen könnt Aber meinst du diese Klingel? Hast du die gehört? Ja, ja, mach mal ein bisschen lauter Damit die anderen alle klatschen Okay, soll ich wieder einmal klingeln, dass alle wieder klatschen, haben sie gesagt? Ja Woher wissen Sie das? Haben Sie das selbst gearbeitet? Mhm Ah, wir sind also in der gleichen Geschichte Ja Okay Ja, klingel mal Ich will die mal klatschen hören Ja, klingel mal Okay Warte mal, einen kleinen Moment Du willst klatschen hören? Mhm Okay, hier Hörst du? Ja Hast du gehört? Ja, hab ich gehört, ja Und das war die Frau Jakobs Sie hat gerade mit einem Kunden 150.000 Euro, bitte Ja, ja, genau Verstehst du? Und das in Krankenhaus, mein Lieber Mhm Das hat sich auch in Krankenhaus geschafft Denk dir mal vor, was die Frau Jakobs für dich in der Zukunft machen kann Ich kann deine Zukunft verändern Ja Weil guck mal, abgesehen davon, dass du jetzt kein Interesse hast, weil du denkst, dass wir Betrüger sind Abgesehen davon bist du bestimmt grundsätzlich interessiert, Geld zu verdienen, du Mixer Ist das richtig? Ja, dafür bin ich auch bei meiner seriösen Hausbank registriert, um Geld zu verdienen mit ITM Sieht gut Deswegen zahlst du auch bei der Hausbank sehr höhe Kommissionen, wie du das weißt Weil die Hausbank, die macht das über uns Eigentlich schon, mein Lieber Diesen Begriff, sag ich mal in der Richtung, kannst du nicht so gut ausgehen wie ich Weil die Bank macht das über uns Damit die Menschen, die auf der Straße laufen, die Serie sich nicht einfach mit den Augen sehen und denken Ja, ich mach das jetzt bei der Sparkasse, ist das sehr, sehr sicher Nein Bei der Sparkasse zahlen sie vierfach die Kommission bei der Auszahlung Ja, aber letztendlich krieg ich da auch mein Geld raus und nicht so wie bei euch, ihr behaltet ja die Kohle Aber woher wissen sie das, sie haben das schon nicht ausgetestet, nicht ausprobiert, keinen Vergleich gemacht Weil Vergleich macht einen reich, sie müssen das austesten, sehen wie das Ganze funktioniert Und erst dann zu entscheiden Du weißt ganz genau, wenn ich euch 250 Euro in den Hals schmeiße, ist es weg Und wenn ich dann noch ein bisschen Glück habe, dann ruft ihr mich an und simuliert mir ein Fake-Konto, wo letztendlich ja so getan wird, als würde ich mehr Geld verdienen Ich muss das erzählen, leider Gottes ist es so, nur wenige Menschen können ihnen das auch beweisen, schriftlich, schwarz-och-weiß, Bafin, Seizeck, reguliert, Kulassungsnummer Ja, aber guck mal, du hast mehrere Möglichkeiten, du hast die Möglichkeit über eine DE-Bank das zu machen Warum ruft ihr eigentlich über eine Handynummer an, die nicht funktioniert, wenn man sie zurückruft? Tja, damit man euch eben nicht kriegt, ne? Herr Steiner, möchten Sie diesen Anlös-Account aktivieren, mit einem regulierten Unternehmen arbeiten auf eine langfristige Zusammenarbeit oder bleiben Sie bei Ihrer schlechten Erfahrung, weil ich muss weiter Das ist ja keine schlechte Erfahrung, aber ihr ruft mich ja an und erzählt mir irgendeine komische Geschichte Ich meine, ja... Weil Sie sich bei mir registriert haben, Herr Steiner, weil Sie haben sich bei mir registriert Ich habe mich nicht bei Ihnen registriert Ja, ja, klar habe ich mich bei euch registriert, um letztendlich eure Maschen aufzudecken Die Frau Ella Jakobs ist aus dem Spital wieder zurück Sie will sie in vier Minuten nochmal anrufen und dann machen Sie das alles mit der Frau Jakobs-Eller Weißt du, ich würde mir eigentlich für dich wünschen, dass du dir einen anständigen Job suchst Ich meine, du bist ja einer der wenigen, die auf vernünftiges Steuert sprechen können Und da kannst du doch sicherlich auch irgendwas vernünftiges machen Aber Herr Steiner, bitte beleidigen Sie meine Arbeit nicht, weil wir sind ein seriöses Unternehmen Es ist ja keine Beleidigung, es ist ein Fakt Aber wir arbeiten auch mit Fakten, ich bin auch ein Mensch mit Fakten Ja, und deswegen erzählst du mir komische Geschichten am Telefon und glaubst tatsächlich, dass ich bei euch noch Geld einzahle? Guck mal, wenn du jetzt einmal BaFin anrufst in Frankfurt, wenn die BaFin dir sagt, dass wir ein reguliertes Unternehmen sind, was machen wir dann? Ich weiß ja, dass es nicht so ist Wie weißt du, das ist ja nicht ausprobiert Ja natürlich, man kann ja bei der BaFin die Namen der Banken eingeben, die mit der BaFin zusammenarbeiten Und ihr seid nicht dabei Habst du das ausgetestet? Na natürlich, das mache ich jedes Mal, bevor ich mich überhaupt bei euch registriere Und dann ganz einfach die Betrugsmasch Hallo Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Andreas Adler, ich rufe es hier von CPR, damit wir das Handelskonto für Sie aktivieren Achso, ja was dann für ein Handelskonto Ja Ein Handelskonto, Herr, äh, passt mal Von Ebay jetzt oder, oder wie? Bitte? Von Ebay Nee, kein Ebay, also Sie haben hier bei uns Interesse gezeigt für Onlinehandel Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Nur Onlinehandel ist ja, wenn ich auf Ebay jetzt was verkaufe, dann, äh, kriege ich da Geld für Da handelt man ja dann online Äh, ja, das ist auch eine Art Können Sie mit, äh, zum Beispiel durchschlossen, ähm, Krypto-Drehung gehen? Achso, was meinen Sie? Ja, genau Ja Ja Also, wollen Sie das Konto jetzt aktivieren, Herr Badmann, oder? Na, ich weiß ja gerade noch gar nicht, was für ein Konto so richtig Okay, dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag Na, okay, dann halt nicht Dummkopf Jetzt hab ich den Herrn Gerold Steiner mal vor Ja, bin dran Herr Steiner, hallo, ich ruf nur kurz durch, wir haben einen Antrag von Ihnen, äh, vor ca. 14 Tagen erhalten, äh, zu dem CFD-Handelskonto und bräuchten da noch die Legitimation, ich wollte auch nur sicherstellen, dass Sie keine offenen Fragen haben Ja, und was berechtigt Sie da jetzt nicht anzurufen? Einfach nur die, die Frage, ob Sie an dem, äh, Konto weiteren Interesse haben, A2 Ja, aber Sie wissen schon, dass Sie hier nach deutschem Recht, äh, ein Double-Double-Opt-In brauchen, um mich das zu fragen Mhm, okay Gut, also ich kann's gerne, ich kann's gerne vermerken im CRM, ist gar kein Problem Das ist ja eigentlich schon, dass Sie, äh, nichts anderes sind als eine Betrügerfirma, die einfach die Leute anruft Oh, das ist aber schlecht, äh, dann Kein seriöses Unternehmen würde hier einfach irgendwo anrufen Ohne Erlaubnis Doch, das machen wir regelmäßig, das ist gar kein Problem Das gibt's schon seit 30 Jahren Ja, das spielt ja keine Rolle, ob Sie das regelmäßig machen, dann machen Sie den Betrug halt regelmäßig Nein, 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 also, äh, Moment, Herr Steiner Ja, nichts, Moment Sie haben hier in Frankfurt einen Antrag für ein Handelskonto gestellt, vor über 14 Tagen Sie dürfen mich deswegen aber nicht einfach so anrufen Ja, haben Sie den Antrag gestellt oder nicht, der liegt uns nämlich vor Das spielt keine Rolle, ob ich einen Antrag gestellt habe Das spielt eine Rolle, ob Sie einen Double-Opt-In haben und das haben Sie nicht Was Beweis verschiebt, die nicht anderes als Betrüger sind Das ist jetzt Ihre Entscheidung, ähm Das ist nicht meine Entscheidung, das liegt ja offen aus der Hand Nein, also, das ist ja unlogisch irgendwo Sie stellen einen Antrag bei uns und sagen uns, Sie werden Betrüger Das ist doch völlig, völlig, äh... Nee, warum, Sie dürfen mich doch gar nicht anrufen Was hat denn das jetzt damit zu tun? Sie haben doch einen Antrag gestellt Ich hatte, das ist deutsches Recht und deutsches Gesetz Datenschutz-Grundverordnung Ja, das ist gar kein Problem, das ist gar kein Problem Ich kann, äh, wir können das Thema doch direkt beenden Ähm... Ja, wenn wir der Meinung sind, das ist auf jeden Fall nicht seriös, was Sie da gerade tun Ja, ich wünsche mir ja nichts Ja, also, das Einzige, was ich mir wünsche, suchen Sie sich mal schnell einen anständigen Job Ist gut, Herr Steiner, alles gut, alles gut Ja, bis dahin, tschüss Herr Steiner, ich grüße Sie, mein Name ist Sandra Werner von der Handelsplattform Sie sind gerade bei uns registriert, ja? Ähm... Weiß ich nicht, ich habe mich hier gerade auf deiner Internetseite registriert Genau, es geht um die Handeln mit automatischem Verhandelsprogramm, ja? Okay Und Sie sind gerade online, ja? Mhm Äh, Herr Steiner, ich bin Ihre persönliche Ersprechpartnerin, ja? Ja Und ich möchte gerne alles erklären, wie es bei uns funktion ist, okay? Okay, na, dann los Sehr gut Äh, Herr Steiner, Sie möchten mit Kryptowährungen handeln, ja? Na, hier stand irgendwas von Öl auf der Webseite Mit Ölhandel, genau Äh, und es ist schon voll automatisch, ja? Ja, es gibt ja viele Handelswerkzeuge, ja? Äh, und, ähm, Herr Steiner, dieses Software, was wir haben, es ist ein neues Handelsprogramm, ja? Ja, mit dieser Software kann man nicht im Minus gehen Ja Das heißt, ja, äh, wenn diese Software merkt, dass der Preis von Öl sinkt, ja, es macht automatisch stock Und, äh, wenn, äh, das heißt, wir haben keinen direkten Verlust Und wenn die Preise wieder steigen, ja, es macht automatisch weiter Und in diesem Fall können Sie das Geld verdienen, ja? Ja, gibt es dann auch einen indirekten Verlust? Ähm, nein, gibt es keinen, äh, keinen Verlust, einfach, Sie haben das, äh, Minimum ist 250 Euro, wie Sie schon wissen, ja? Also man kann da kein Geld verlieren Genau, es ist so, weil es ist eine neue Software, ja, mit Alphabetions konnte man im Minus gehen, ja, mit Einstiegskapital Für dieses neues System, ja, seit zwei Monaten eine, haben wir eine Lizenz gekauft, ja? Es ist nicht mehr möglich, weil es liegt an unserem Interesse auch, ja, damit Sie bei uns langfristig bleiben und erfolgreich handeln, ja? Weil von Ihrem Profit für Steiner haben wir Kommission 3,5 Prozent, ja? Ja, wenn Sie dann, äh, auszahlen lassen möchten, ja? Ja, aber nicht, äh, von Ihrer Investitorsumme, sondern nur von Ihrer Gewinn, ja? Ja, ja Deswegen, wir geben Ihnen diese, äh, neue Software und auch die professionelle Hilfe, ja? Ja, äh, hier Steiner, haben Sie schon auch, ähm, Erfahrungen in diesem Bereich, oder ist das alles neu für Sie? Nö, eigentlich habe ich da keine Erfahrung mit Okay, es ist gar kein Problem, ja, weil, wie gesagt, bei uns ist auch noch andere Abteilung, wo unsere Experten arbeiten, ja? Sie haben eine zehnjährige Erfahrung in diesem Richtung, äh, Sie machen nicht nur tägliche, so eine stundliche Analyse, ja, was auf dem Finanzmarkt passiert, ja? Äh, Sie bekommen richtige Prognosen und Informationen, was Sie benötigen, um erfolgreich zu handeln, ja? Ja, ähm, das heißt, wir Steiner, wir sind in einer Seite, ja? Wir als Unternehmer profitieren nur in diesem Fall, wenn Sie auch profitieren, ja? Mhm. Und, ähm, danach können Sie Auszahlungen jederzeit fertigen, weil, äh, das ist kein Vertrag, ja? Mhm. Es ist kein Abo, Sie machen das einmalig, ja? Und Sie handeln, bis wann Sie möchten, ja? Ja. Zum Beispiel, wenn Sie irgendwann mal entscheiden, dass Sie nicht mehr weiter handeln möchten, wenn Sie schon Ihre Situation erreichen werden, können Sie Ihre investierte und profitierte Summe jederzeit auszahlen lassen. Mhm. Äh, Herr Steiner, die Seite haben Sie auf Englisch oder auf Deutsch? Die Seite haben Sie auf, äh, weiß ich gar nicht, was das hier für eine komische Sprache ist. Okay, ganz oben, rechte Seite, wenn es auf Deutsch ist, äh, auf Englisch ist, äh, vielleicht Settings. Äh, na ja, genau hier. Ja, genau hier. Genau. Klicken Sie auf Settings drauf, ja? Ja. Da unten steht, äh, die Taste Language ist, ja? Äh, Languages, die da. Ja, genau, und dann, äh, Language ist, klicken Sie und wählen Sie bitte die Deutschland aus, ja? Äh, wenden Sie, muss ich mal gucken. Ja, muss ich mal gucken. Ähm, ah ja, genau da, ja, genau da. Super, sehr gut. Haben Sie schon auf Deutsch umgestellt, oder noch nicht? Jetzt ist das auf Deutsch, ja? Ja, jetzt ist das auf Deutsch, ja. Ja, ja, genau. Und daneben steht, äh, dann Eingängkapital, Balancen, Sie alles da. Mhm. Genau, das ist Ihr persönliche Handelskonto, ja? Das können Sie verwenden, wie Sie möchten, ja? Das ist Ihr, ähm, äh, Staatskapital, äh, was Sie investieren, kommt alles auf Ihres Handelskonto zu sehen. Ja, und was ist das, was da alles so blinkt auf der Seite? Alles so blinkt auf der Seite? Wie bitte, noch mal? Auf der Seite blinkt es da überall, was ist denn das? Auf der Seite blinkt es da überall, was ist denn das? Ähm, ich weiß nicht, was Sie meinen, ja? Weil auf der Startseite steht ein Diagramm, ja? Ja, genau sowas, das blinkt ja da überall, was ist denn das? Ähm, das ist die, wissen Sie, äh, die Preise in der Sekunde schneller, ja? Vielleicht ist es dann gezeigt, oder? Ja, da ändert sich die ganze Zeit so viel, ja. Und es blinkt rot und grün. Ja, das, das ist das Kaufen und Verkaufen, ja? Die, ähm, Positionen. Ja, ja, und da muss ich denn nun immer klicken. Nein, nein, Herr Steiner, wenn Sie schon ein aktives Handelskonto haben, ja? Ihre persönliche Expert wird Ihnen sagen, wie Sie Positionen öffnen können, ja? Und mit dem Handel anfangen, ja? Weil, weil Sie keinen Erfolg haben, weil Sie unseren Satom nicht kennen, ja? Sie bekommen alle weiteren Schritte von unserer Seite, ja? Ein Fachmann und, äh, Ihre persönliche Expert wird Ihnen alles erklären, wenn Sie diese Software einrichten können, ja? Und dann ist es geht los, ja? Und es funktioniert allein 24 Stunden. Ja, kommt, kommt der gleich, der, 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 der Experte? Na, Herr Steiner, wissen Sie, ähm, Sie brauchen ein aktives Handelskonto, ja? Am Wochenende, unsere Expert arbeiten nicht, ja? Ja, zum Beispiel, ähm, okay, welche Möglichkeit, äh, was ist Ihre... Warum müssen Sie denn eigentlich am Wochenende arbeiten, wenn die anderen nicht, müssen Sie ja gemein? Ähm, Herr Steiner, äh, also erstens, was ist Ihre Vorstellung, mit welcher Summe müssen Sie einsteigen? So, wenn Sie sagen, man kann da kein Geld verlieren, was kann man denn so einzahlen? Wie geht denn das? Das ist die minimale Schatzkapital, 250 Euro. Na, und wie viel kann man maximal einsteigen? Also Sie sagen, man kann da nichts verlieren? Man kann da nichts verlieren, oder? Ähm, hier Steiner, äh, Sie sind nicht beschränkt, ja? Weil manche Leute fangen mit 1.000, mit 5.000 Euro an, Ja, oder gibt's auch, ja, viele unterschiedliche Handelsprodukte, zum Beispiel Aktien, ähm, Zipo-Währungen, Indizes, Rohstoffe, ja, womit Sie handeln möchten, ja? Und, äh, oder manche Leute kaufen, äh, dir ist ein Bitcoin, ja? Und es kostet 42.000 Dollar. Oh, das ist aber ganz schön viel. Das ist aber ganz schön viel. Sie können einfach mit 1.000 Euro anfangen, Herr Steiner, wenn Sie dann, ähm, es möchten, ja? Und, äh, es ist so, wenn Sie... Ja, mit wie viel Euro haben Sie denn da angefangen? Wie bitte, wie bitte nochmal? Mit wie viel Euro haben Sie denn da angefangen? Mit wie viel Euro haben Sie denn da angefangen? Ich persönlich meinen Sie? Ja. Ja. Momentan, ich, äh, kaufe, äh, ich hab, äh, die Casa noch gekauft, ja? Es ist eine neue Trittowährung, ja? Ja, äh, und ich handle momentan, äh, mit unterschiedlichen Sachen, ja? Und insgesamt wissen Sie, dass diese Information ist eigentlich persönlich, ja? Kann ich nicht genau sagen, äh, aber es ist so. Und diese 250 Euro ist nur optimale Summe für den Finanzmarkt, ja? Und können Sie damit alles ausprobieren, ja? Wie es alles funktioniert. Und damit Sie einfach Vorstellung haben, können Sie damit, ähm, täglich, äh, von, bis 10% verdienen, ja? 5-10%? Und, genau. Von Ihrer täglich, natürlich von Ihrer investierten Summe. Aber ich kann nicht genau sagen, Herr Steiner, wissen Sie, wir sind von bösen Aussichtbehörde kontrolliert, ja? Und, ähm, und, ähm, außerdem die, ähm, äh, Preisen enden auf dem Finanzmarkt sekundenschneller, ja? Sie wissen es, das stimmt. Sie haben gesagt, Sie werden von einer bösen Aussichtskontrolle kontrolliert? Ja, das ist so. Von Bonfin auch, ja? Was das sind die bösen denn? Die bösen denn? Wie bitte? Weil Sie sagten, Sie würden, dass Sie dann von den bösen kontrolliert werden. Bösen kontrolliert. Genau. Unsere Gespräche auch. Ah ja, okay. Hm, gut. Genau. Und, äh, Herr Steiner, was ist Ihre Vorstellung? Womit müssen Sie investieren? Haben Sie, äh, Kreditkarte oder müssen Sie mit, äh, mit, äh, mit, äh, ganz normaler Überweisung tätigen? Äh, na, ich hab, ich hab die Kreditkarte, ja. Kreditkarte, ja. Okay. Dann, ähm, Sie haben, ähm, ganz oben, rechte Seite, sehen Sie die Taste Deposit, ja? Haben Sie Mastercard, oder? Ja. Ja. Okay. Äh, dann, ganz oben steht die Taste Deposit, ja? Mit grüne Taste, grüne Farbe. Klicken Sie bitte da drauf. Ja, genau. So, jetzt hab ich da drauf geklickt, ja? So, jetzt hab ich da drauf geklickt, ja? Und dann bekommen Sie, ähm, haben Sie, sind Sie soweit, ja? Ja, ja, ich bin soweit, ja. Genau. Und was haben Sie bitte gerade? Na, jetzt soll ich hier so einen Betrag eingeben. Und, ja, meine Daten hier nochmal. Ich dachte, die haben ich schon mal bei euch eingetragen. Wollen wir uns jetzt mal nochmal alles eintragen? Ähm, wann, äh, wann haben Sie es gemacht? Ach, nein, Sie haben beim Registrierung Ihren Namen, Nachname, Telefonnummer und, äh, E-Mail-Adresse eingegeben. Das meinen Sie? Ja, genau. Ja, genau. Ja, dann brauchen Sie noch was einzugeben, ja? Ja, jede Transaktion, ja, muss man dann noch was eingeben, ja? Weil wir benutzen SSL-Protokoll. Hm, okay. Das SSL-Protokoll, das beflächelt die Daten, ne? Das beflächelt die Daten, ne? Besonders die Kreditkart-Daten. Ach so, aber die Bankdaten würdet ihr dann speichern? Bankdaten würdet ihr dann speichern? Oder wie? Oder wie? Aber ich würde ja nicht immer die Daten wieder neu eingeben, weil es ist ja dann viel besser, wenn es bei euch gespeichert bleibt. Wenn ich da mehrmals das überweisen würde. Ja, wissen Sie, äh, wenn Sie jetzt diese Adresse, Telefonnummer, äh, und E-Mail-Adresse eingeben, ja, das, ähm, dann wird dann gespeichert. Ja. Aber, äh, dann, ähm, die Kreditkarte, ja, äh, gespeichert nicht. Ach so, das ist ja schade. Naja gut, aber wenn Sie sagen, dass Kreditkarte speichert, dann müssen wir das ja so machen. Okay, wie machen wir dann weiter, Herr Steiner, äh, was sind, äh, Sorgen Sie jetzt momentan? Na, äh, ich mach alles, was Sie sagen. Äh, ich mach alles, was Sie sagen. Okay, dann, äh, geben Sie bitte Ihre Gewunsch-Summe ohne Punkt und ohne Komma ein. Was, äh, mit welcher Summe Sie Handel anfangen möchten? Ja. Ja. Ja, was soll ich denn da jetzt genau einstellen? Also, welche Summe würden Sie mir denn jetzt da empfehlen? Hallo? Ja, ich bin auch so an. Ja, ich bin auch so an. Okay, äh, dann, wie weißen Sie bitte? Na, ich hatte gefragt, was ich da am besten eingeben soll, also wie hoch die Summe sein soll. Wie hoch die Summe sein soll. Ich hab schon gesagt, ja, äh, dann geben Sie bitte, was Sie möchten, ja? Alle Entscheidungen treffen nur Sie selbst. Ach so, hm. Ja, ich würde ja viel verdienen, ne? Also, dann denke ich mal, wäre es ja gut, wenn man da auch mehr angibt, oder? Wenn man da auch mehr angibt, oder? Ja, natürlich, je mehr Sie dann investieren, desto mehr Chancen haben Sie auf dem Finanzmarkt, ja? Ja. Hm. Schwierige Entscheidung. Ich geb erstmal hier, ja, muss ich ja noch die anderen Sachen eingeben. Warten Sie mal, hier Name und, und, äh, denn, denn, die Straße und Postleitzahl. Warten Sie mal, ich geb mal erstmal die Adresse ein. Braun-Schweiger-Straße und, äh, denn, die 77? Bei Ihnen quietscht das immer irgendwie so in der Leitung. Wie bitte? Ich sag, bei Ihnen quietscht das immer so in der Leitung. Also in der Leitung. Als wär da irgendwas. Als wär da irgendwas. Ich komm ja hier ganz durcheinander beim Eingeben, wenn das immer so quietscht. So, Postleitzahl hab ich schon und die Stadt. So, Telefonnummer hat ja schon drin gestanden und der Vor- und der Nachname auch, aber da ist noch klein geschrieben. Ich mach das mal groß, dass das groß geschrieben ist. Groß geschrieben ist. Und bei der E-Mail-Adresse schreibe ich ja auch immer die ersten Buchstaben groß, weil das schöner aussieht. So. Und bei Betrag, so, jetzt geb ich was bei Betrags ein. Okay. Also eingezahlten Betrag. So, eingezahlten Betrag. Da bin ich jetzt. So, da geb ich jetzt. So, da geb ich jetzt. Na, ich mach mal 260. Ich mach mal 260. Okay. So, dann. So, dann. Auf Einzahlung Euro 260. Da klicke ich dann bestimmt drauf, ne? Okay. Genau. So, jetzt hab ich hier so ne ganz andere Webseite. Jetzt hab ich hier so ne ganz andere Webseite. Andere Seite. Ja, auf. Ja, die ist so grün im Hintergrund und weiß. Ja, jetzt brauchen Sie Ihre Kreditkartnummern eingeben, ja? Einzugeben. Ach so, da kommt jetzt die Kreditkartennummer rein. Ja, warten Sie dann. Okay. Ach, dann muss ich ja jetzt hier erstmal die Kreditkarte suchen. Mensch, wo haben wir die denn? Warten Sie mal. Ich guck mal, wir haben ja einen Geldbeutel. Da hab ich eine Sparkassenkarte. Meine Gesundheitskarte. Mein Personalausweis. Dann hab ich hier noch ne Youngstars-Karte aus dem Cinemax. Das ist noch ne ganz, ganz alte Kundenkarte. Die geht heute noch. So, warten Sie. Führerschein. Führerschein. DHL-Packstation. Ah, hier. Ne, das. Ne Visa-Karte ist das. Ne Visa-Karte ist das. Ist das Visa-Karte. Okay, dann versuchen Sie bitte mit Ihrer Visa-Karte. Wenn es freigeschaltet ist für Online-Transaktionen, ja? Es muss dann funktionieren. Ja. Damit, äh, da steht Amazon.de drauf. Ich glaub, dann ist die für Online freigegeben, weil da kaufe ich immer bei Amazon mit ein. Sieben Sie, da kriegt man so richtig Punkte zurück, wenn man bei Amazon einkauft. Da kann man dann immer was kostenlos bekommen. Äh, was meinen Sie? Na, mit der Karte, die ich hier hab. Da kaufe ich immer auf Amazon.de ein. Ja. Und dann kriegt man da Geld zurück. Und dann kann man da von dem Geld, was man zurückkriegt, das kann man dann wieder einlösen. Und dann kann man da kostenlos was bestellen bei Amazon. Das ist voll cool. Das ist voll cool. Mhm. Die Karte, die nehm ich denn, weil da steht auch Visa drauf. Ja, das steht auch Visa drauf. Oh, okay. Ja, so, dann klicke ich jetzt hier, äh, warten Sie mal, wo, ähm, ach, ich muss mir das hier mal ein bisschen sortieren. Wissen Sie, mein Bildschirm, der ist so klein. Da muss man immer ein bisschen umherrollen hier, dass man dann alles sieht. So, hier oben steht ja jetzt drüber Order-ID. Dann kommt, äh, Fist-Name, äh, dann Last-Name, da steht ja schon alles drin. Bei E-Mail steht meine E-Mail-Adresse drin. Bei Kuremixi ist... Herr Steiner. Ja. Ja. Sören Sie, ähm, ähm, ja, Sie haben mit dieser Telefonnummer bei uns schon viermal registriert, ja? Jetzt, äh, auf diesem Grund, ja, unsere Teamleiterin, ja, wird jetzt Sie anrufen, ja? Warten Sie bitte, dann warten Sie auf diesen Anruf, ja? Ich soll auf den Anruf warten? Soll auf den Anruf warten? Okay. Na, ich dachte, ich soll jetzt hier meine Kreditkartendaten eingeben. Genau, können Sie es versuchen, ja? Bis dahin, da kommen Sie einen Anruf, ja? Ja, und wenn, äh, warum kann ich nicht gleich dran gehen, die Teamleiterin? Ja, hallo? Sind Sie Gerold Stein oder Gerold Steiner? Hier ist der Herr Gerold Steiner. Ja. Bei E-Mail-Solution sind Sie schon vierte Mal haben Sie Registrierung getätigt, na? Weiß ich nicht. Warum machen Sie sowas? Sagen Sie mir bitte? Na, damit ich euren Betrug aufdecken kann bei YouTube. Und allen Leuten das zeigen kann. Das ist sehr, sehr lächerlich, ja? Das ist ja sehr lächerlich. Lächerlich ist eure sehr schlechten Übersetzung. Schalten Sie sich bitte. Ja. Schalten Sie einen schönes Film und... Wissen Sie, wir werden uns bestimmt noch ganz, ganz oft in Zukunft hören. Wissen Sie bitte ein Buch oder sowas? Wissen Sie, das ist eigentlich, dass wir uns noch sehr, sehr oft hören werden? Sehr, sehr oft. Tschüss. Wiedersehen. Schönen guten Tag, Herr Patmanach. Ich bin Gabi Wintam Apparat vom E-Lift Solutions, wo Sie gerade online sind, ja? Ah ja, genau. Auf die schicke, bunte Seite hier, ja? Ja, genau. Von dieser Seite möchte ich mich bei Ihnen, Herr Patmanach. Ich werde Ihnen gerne dabei helfen, wenn Ihr Konto bei uns einfacher zu aktivieren. Ah ja, prima. Okay. Sagen Sie mir bitte erstes Mal für Besumme haben Sie sich entschieden? Weiß ich noch gar nicht. Also ich habe mich jetzt hier angemeldet auf die Wille der Löwen und da war eine Werbung, dass man mit Öl reich werden kann. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich mit. Mhm. Minimale Einstiegskapital, Herr Patmanach, ist 250 Euro. Sagen Sie mir bitte die Kreditkarte, welche Sie besitzen. Ja, da habe ich eine... Warten Sie, da muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, welche Karte genau das ist. Ich habe so viele Plastikkarten hier, wissen Sie? Das sammelt sich ja auch immer wieder. Die Einzahlung geht über Visa oder Mastercard, Herr Patmanach. Ja, eine von den beiden war das. Ich weiß gerade nur nicht, welche das genau war. Sagen Sie mal, wenn man da mehr Geld einzahlt, wird man denn da schneller Millionär? Mehr, natürlich. Also weiß ich nicht, wie lange es zeitlich gedauert wird. Aber je mehr Sie einzahlen, desto mehr profitieren Sie dementsprechend, ja? Ja, weil hier in der Werbung steht ja, dass das ganz schnell klappt mit dem Millionär. Ja, natürlich, Herr Patmanach. Also das ist eine Werbung. Finanzmarktfunktion, wenn wir realistisch nachdenken, je mehr Sie einzahlen, desto mehr profitieren Sie. Von 250 Euro werden Sie natürlich nicht Millionen verdienen, ja? Ja. Aber Sie können das natürlich profitieren, Herr Patmanach. Das stimmt unbedingt. Und darüber werden Sie dann von Ihrem Experten informiert, ja? Mhm. Okay. Genau. Wir haben ja Finanzexperten hier, Herr Patmanach. Also wir sind auch daran interessiert, dass Sie schnellstmöglich viel profitieren, weil von Ihrem Profit bleibt bei uns 3,5% aus Zinsen. Das bedeutet, je mehr Sie profitieren, desto mehr 3,5% haben wir davon, okay? Mhm. Aus diesem Grund haben wir die Fachabteilung hier von unseren Finanzexperten. Und wir sind dafür zuständig, dass die bei uns erfolgreich und langfristig handeln und bleiben, okay? Okay, super, ja? Genau. Sehr gut. So. So. Hast du die Kreditkarte? Ach so, warten Sie, das habe ich jetzt ganz vergessen. Da gucke ich mal. Habe ich hier so eine... Ja, die ist von meinem Vermieter so eine Bonuskarte. Dann Einkaufszentrum, Ikea, Autohaus, ein anderes Einkaufszentrum. Mein Schlamm melde sich auch immer was an, sage ich Ihnen. Hier von der Ösa-Versicherung, dann haben wir DHL-Packstationen, mein Personalausweis, Gesundheitskarte, hier vom Kino noch so eine Karte, EC-Karte, die brauchen wir ja nicht. Dann, äh, ach Gott, ich habe gar zwei, da sind sogar zwei DHL-Packstationskarten. Da ist noch eine zweite. Und dann mein Flüttel-Schein. Alter, hier. Alter, hier. Die ist von, äh, aber bei Ihnen quietscht das so in der Leitung. Hören Sie das auch? Das Visa? Das quietscht bei Ihnen so in der Leitung manchmal. Das ist nicht mein, sondern Ihre Leitung. Hm, komisch. Ja, äh, Visa, Visa, Visa-Karte ist hier. Okay, dann, ähm, mache ich folgendes. Machen Sie das selber, die Aktivierung, oder soll ich das von meiner Seite machen? Hm, na, wenn Sie das machen können, dann wäre das schon ganz gut, denn ich weiß gar nicht, wie ich das machen muss. Okay, dann brauche ich ein paar Daten von Ihnen. Ja, na klar. Okay, sagen Sie mir bitte erst mal Ihr Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist der 17.7. 17.7? Genau, also 1.7, dann 0.7. 20. Und dann 19.92, also 1.992. Hm, okay, Sie sind noch jung. Dann bitte Postleiter. Hm, das ist die 1.2.055. Das ist Berlin, ja? Ja, genau, in Neukölln ist es hier. Mhm, dann bitte die Straße und Hausnummer. Ja, die Straße ist die Braunschweiger Straße 77. Soll ich das buchstabieren? Hm, ganz kurz, bitte Braunschweiger Straße. Ja, und dann die 7.7. 7.7. Braunschweiger Straße 77. Ja, genau. Die Summe? Hm, die Summe, was meinen Sie? Mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Ach so, ja. Ja, was würden Sie mir denn da empfehlen, wenn wir da schnell viel Geld gewinnen wollen? Also, erste minimale Einstiegskapital ist 250 Euro. Ja, genau, das sagten Sie ja schon. Mein Vorschlag wäre, erst mal mit dieser Summe anzufangen und sobald Sie von Ihrem Experten angerufen werden und der Experte wird auch für Sie eine Handelsstrategie erstellen, können Sie die Summe jederzeit erhöhen. Ach so, also da kann ich dann nochmal Geld überweisen. Ja, genau, wenn Sie das möchten, natürlich. Okay, also. Erst mal können Sie mit 250 Euro anfangen. Ja, und das Geld, was man da denn so bekommt, das wird da auch immer noch für genommen, dass das dann schneller wächst? Was meinen Sie damit? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel die 250 Euro einzahle. Und dann mache ich damit Gewinn. Und der Gewinn wird ja dann auch noch mit angerechnet, also beispielsweise ich habe jetzt dann schon 50 Euro Gewinn gemacht und bin dann bei 300. Und dann werden die 300 den nächsten Tag genommen, oder? Natürlich, Sie können das komplett auszahlen lassen ab 50 Euro. Ich meine, ob denn die 300, ob die dann auch zum Handeln wieder genommen werden, oder handelt man immer nur mit den 250? Nein, 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 also Sie können Ihr Profit auch benutzen, zum Handeln, wenn Sie das meinen. Ah ja, genau, genau, so meine ich das, ja. Genau, natürlich, natürlich. Okay, also dann geht es ja dadurch auch schon schneller. Und wenn man dann natürlich noch was drauf überweist, dann geht es natürlich noch schneller. Das wäre dann schön. Natürlich, Frau Herpatzmann, natürlich. Okay, prima. Das kann aber besser der Experte empfehlen, wissen Sie. Der Experte kann Ihnen sagen, für welchen Zeitpunkt, für welche Summe profitabel ist. Diese Experten arbeiten parallel auf der Frankfurter Bürst. Ja, also die sitzen alle in Frankfurt. Nicht ich, ich bin in Dresden. Wir haben sehr viele Niederlassungen. Wo sitzen Sie? Das habe ich irgendwie akustisch nicht verstanden. In Dresden. Ach, in Dresden, ja. Genau. Ja, da war ja das mit dem Finger. Okay, dann, ja, machen wir weiter, genau. Was bauen Sie jetzt noch? Visa haben Sie, haben Sie mir gesagt. Ja, genau, die Visa-Karte. Sagen Sie mir bitte die 16-stellige Nummer. Ach so, warte, dann gehe ich schnell nochmal zurück zum Schreibtisch, weil da habe ich jetzt mein Portemonnaie liegen lassen. Ach, haben Sie das nicht mitgeholt? Na, ich hatte gerade die Bettel noch aufgeschüttelt. Das kann man ja nebenbei machen. So. Warte, wo habe ich denn das jetzt schon wieder hängen im Müll? Ach ja, hier genau, die Visa-Karte. Mhm. So. Die ganz lange Nummer brauchen Sie, die da draufsteht, ja? Genau. Ja. Das ist dann die 49248694. Ganz kurz, bitte. 4924. Na, die 4942, ja. Dann die 869390461. Ganz kurz, bitte. Ganz kurz, ich muss das aufschreiben. Ach so, okay. Das ist die, warten Sie, dann nochmal langsam, ja? Mal langsam, ja. Die 4990464. Dann die 2490464. Dann die 2490464. Ganz kurz, bitte. 49244. Ja. Ja. Und dann die 8690464. Mhm. Dann die 9390464. Dann die 9390464. Mhm. Moment, wo war ich jetzt? 4693. Und dann die 9390464. Ja. Dann die 9090904. Mhm. Dann die 96904. Dann die 9690464. Und die 1005. Und die 1005. Und die 1005. Und die 1005. Ich wiederhole nochmal. Ja. 4924. Ja. 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 Die 46. Ja. 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 Das ist der Richtige. Ja. Ja. Genau. Jetzt in ein paar Minuten bekommen Sie von Coinidec die vierstelliger Code von uns. Ja. Von Coinidec. Ja. Okay. Ja. Und dann. Dann wird die Summe direkt abgebrochen. Ja. 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 Also da muss ich nur auf die E-Mail drücken. Ganz kurz, bitte. Ja. Ja, na klar. Ich nehme mir so viel Zeit, wie Sie brauchen. Okay. Na, ob wir da jetzt schon ausgeflogen sind schon wieder? Wir haben wieder die gleichen dran. Sind Sie noch da? Ja, natürlich, ich bin noch dran. Mhm. Herr Patmanach, wissen Sie, dass wir die neue Regelungen haben? Das bedeutet, dass Sie eigentlich keine Code bekommen. Wenn die Daten stimmen, wird die Summe direkt abgebucht, okay? Okay, ja, klar. Sind Sie damit einverstanden? Natürlich. Okay, die Cote brauchen wir nicht, hat der Später gerade gesagt. Okay, ganz kurz, bitte. Herr Patmanach, aber ich habe jetzt im Internet überprüft, im System habe ich gesehen, dass Kontoinhaber bestimmt nicht von dieser Kreditkarte. Wer sind Sie in der Tat? Na, der Peter Patmanach. Peter Patmanach. Wissen Sie, dass im Internet man alles googeln kann? Und mit dieser Kartennummer ist kein Peter Patmanach registriert. Sind Sie sicher? Natürlich, die habe ich ja erst mal in Portemonnaie, die Karte. Können Sie bitte deshalb fotografieren und auf der Seite hochladen? Ja, natürlich, das kann ich machen. Machen Sie bitte. Sie haben direkt die Seite von Nelly Solutions. Fotografieren Sie bitte Ihre Kreditkarte und laden Sie bitte auf der Seite hoch. Ja, wo muss ich das da genau hochladen bei Ihnen auf der Seite? Sind Sie mit dem Handy oder mit dem PC? Ich habe den PC dabei. Okay, sehr gut. Ganz kleine Augenblüten, bitte. Mhm. Ich werde jetzt direkt ein bisschen nachschauen. Haben Sie woanders studiert? Wie meinen Sie das? Also, an der Uni. Ja, ich habe in London studiert. In London? Mhm. So, sprechen Sie auch Englisch, ja? Nee, eigentlich nicht. Aber man muss ja nur, wenn man woanders studiert, ja nicht die Sprache automatisch kennen. Ja, aber Englisch ist internationale Sprache. Mit Deutsch können Sie nicht in London studieren. Natürlich kann man da in Deutsch studieren. Haben Sie noch nie was von einem Fernstudium gehört? Natürlich, ich habe auch das gemacht. Was haben Sie denn studiert? Internationale Beziehungen. Okay. So, dann, äh, ja, auf welcher Seite denn da genau? Weil ich bin gerade mittlerweile bei Ihnen irgendwie auch ausgelockt. Wie ist Ihre Name? Auf Elite Solutions. Ja, ja. Sie haben viermal, viermal das Konto eröffnet und jetzt haben Sie die Seite vergessen? Nee, ich bin ja auf der Seite. Aber irgendwie bin ich nicht mehr eingeloggt. Und ich weiß, das Passwort ja noch gar nicht. Hm, okay. Dann werde ich für Sie einmaliges Passwort erstellen. Ja. Ja. Mhm. Erstmal bitte Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ich hoffe, können Sie sich daran erinnern, welche Sie eingeben sollen? Ja, na klar. Ich habe da bloß die eine. Ja, weil Sie haben mehrere, wie ich weiß. Diese Fun-E-Mails. Na, das ist ja von meinem Internetanbieter. Da habe ich bloß die eine. Ja, ich kenne diese Internetanbieter sehr gut. Ich bin auch noch jung. Ah ja, sind Sie auch bei dem anderen Anbieter? Also, jetzt, äh, habe ich keine Zeit zum Plaudern. Erstmal bitte einmaliges Passwort 1 bis 8 eingeben, okay? Ja, na klar, mache ich. Ja, na klar, mache ich. So. Ja, genau, jetzt bin ich wieder drin, ja. Ja, jetzt bin ich wieder drin, ja. So. Wieder drin? Das sehe ich aber nicht. Ich bin eingeloggt bei Ihnen. Ich bin eingeloggt bei Ihnen. Sind Sie eingeloggt, okay. Wo muss ich jetzt draufdrücken? Wo muss ich jetzt draufdrücken? Mit ganz kleinen Augenblick, sage ich Ihnen gerade, sehen Sie auf der linken Seite oben Ihren Namen, ob es überhaupt Ihr Namen ist. Ja, genau, da steht mein Name. Dann bitte da draufklicken. Mhm. Und auf der rechten Seite oder in der Mitte eigentlich haben Sie Personalausweis. Ja. Ja. Hochladen oder Choose File steht auf Englisch. Ja. Und da unten ist Kreditkarte, Dokumentation. Warten Sie, Kreditdebitkarten, ja. Genau. Bitte auf Choose File klicken und das Foto von Ihrer Kreditkarte hochladen. Mhm. Und Personalausweis brauchen Sie auch hochzuladen. Ohne diese Dokumente werden Sie kein Konto aktivieren. Ja, das kann man gleich machen. Mhm. So, dann haben wir hier die Kreditkarte. Mhm. So, jetzt steht dahinter Pending. Pending. Heißt das, das lädt jetzt hoch oder muss ich noch irgendwo drücken? Ganz gut, schaue ich mal, ob Sie das schon gemacht haben oder nicht. Das ist aber nicht die Kreditkarte, was wir brauchen, Herr Patmanach. Was ist das sonst? Was ist das sonst? Nee, die Kreditkarte, die Bilder habe ich ja schon auf dem Computer. Sie haben ja gesagt 4924. Auf der Karte steht 4792. Ja. Sie können überhaupt nicht vorlesen oder wissen Sie die Ziffer nicht, kennen Sie die Ziffer nicht? Na, das, was ich Ihnen hochgeladen habe von der Kreditkarte. Das ist meine Kreditkarte. Okay, jetzt der Ausweis bitte. Ja, natürlich, den lade ich Ihnen auch noch hoch. Auch noch hoch. Wieso denken Sie so viel über unsere nette Stimmen? Naja, darf man doch mal sagen oder nicht? Bestimmt haben Sie keinen Partner, ja? Sie sind alleine. Nö, eigentlich nicht. Jede Frauestimmen finden Sie nett, ja? Na, nicht jede. Also es gibt auch furchtbare Frauenstimmen, aber... Ah, okay. Eigentlich würde ich mal sagen, Sie sind fast 30, aber Ihre Stimme klingt wie ca. 50 oder so was. Okay, naja, durchs Telefon ist das ja manchmal so. Ja, Sie haben überhaupt nicht so junge Stimme. Hm. So, ich habe den Personalausweis auch hochgeladen. Haben Sie auch hochgeladen. Ganz kurz, bitte. Schaue ich nach. Ja. Das ist leer. Nee, ist doch da das Bild. Ist doch da das Bild. Ich denke mal, Sie haben überhaupt keinen Arsch, das Foto hochzuladen. Wissen Sie? Hm, was hat das mit Arsch zu tun? Da ist doch ein Gesicht drauf. Sie sollen mutig sein, Ihren Personalausweis hochzuladen. Besonders, wenn Sie möchten, irgendwelches Lustiges zu machen. Aber das ist überhaupt nicht lustig, ja? Fassmannach. Wissen Sie? Sie wollten uns verraschen, aber leider haben Sie also keine Kenntnisse dafür. Man braucht auch Kenntnisse dafür, wissen Sie? Na ja, also die Kenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass ich Ihnen wieder 20 Minuten Zeit gemopst habe, in der Sie keinen anderen beklauen konnten. Eigentlich, Herr Fassmannach, ich bin bei der Arbeit, ich habe nicht so viel Arbeit hier, aus diesem Grund, ich habe die Zeit nicht verloren. Sie sind die einzige Person, die die Zeit viermal verloren hat. Nö, eigentlich nicht, aber wir werden uns bestimmt das Öfteren noch hören. Und was haben Sie davon, also... Das kann ich Ihnen erklären. Ich kann dadurch die Menschen aufklären, wie ihr die Menschen betrügt. Ich kenne euer Konzept. Ja, und wurden Sie jetzt betrogen? Naja, ihr habt es zumindest probiert, ne? Über einen Bitcoin-Wallet. Ja, und was haben Sie versucht? Ich habe gar nichts versucht. Doch, ihr habt versucht, Geld auf einen Bitcoin-Wallet abzubuchen. Was bedeutet, die Kohle ist weg und das Einzige, womit ich hier später handeln werde, ist ein Demokonto, wo mich dann natürlich nochmal jemand von euch anrufen wird, um mir dann vorzugaukeln, dass ich hier Gewinne mache und noch mehr Geld einzahle. Ich bin nicht blöd. Ja, Herr Fassmannach, Sie haben überhaupt nicht versucht. Und wie können Sie die Menschen beweisen, dass wir das Geld abgebucht haben, wenn wir das überhaupt nicht abgebucht haben? Naja, ihr habt es ja probiert, ne? Wir sollten etwas Besseres überlegen. Also, das ist... Ah, nein, also... Nö, ich denke, das ist schon sehr auf... Also, das hat schon einen sehr großen Informationscharakter, das Ganze. Ich meine, man macht sich auf jeden Fall ein Bild über euch, was ihr für Betrüger seid. Und dass ihr die Leute abzockt. Und das reicht auf jeden Fall schon aus, um die Menschen vor euch abzuschrecken. Mhm, okay. Ja. Das bedeutet, Sie haben ihr Ziel im Leben gefunden, ja? Ganz genau. Aha, okay. Viel Glück, Herr Fassmannach. Tschüss. Mhm, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich warte auf Ihr neues Konto. Tschüss. Prima. Prima. Ja. Spreche ich mich hier, Bernd Hokele, ja? Ja, genau. Ja, genau. Ja, Hokele, mein Name ist Nina Ockenfels. Ich rufe Sie wegen Ihren Interesse auf den Finanzmarkt. Sie sind bei uns schon gestört, ja? Ich habe mich hier gerade auf so einer Webseite registriert. Genau, Sie haben unsere Werbung über OL gesehen und über automatische Software handelt, ja? Ja, genau. Ja, genau. Genau, was bedeutet, Sie haben Interesse beim, äh, dieser Roboter-Trading sozusagen, womit alles läuft ganz automatisch, für uns 20 Stunden voll sicher, ja? Und von Ihrer Seite Sie kaufen oder verkaufen Sie aber nicht mehr, ja? Sondern, wie gesagt, diese Roboter, das Software, macht alles voll sicher. Ja, was sehr, sehr wichtig ist auch, Herr Hokele, mit diesem Software, Sie können auch Ihre Emissionen versichern, ja? Ja. Ja. Äh, das bedeutet zum Beispiel, Sie haben ein Trade mit OL geöffnet und Preis von OL ist runtergesunken, ja? Was ist das? Wie bitte? Ein Trade? Trade, genau. Was heißt das? Was heißt das? Ähm, Trade ist, also Sie wollen mit OL handeln, ja? Ja, genau. Ja, genau. Genau, also, ne, dieses Prozess, ja, wenn Sie handeln mit OL, heißt Trade, ja, Hokele. Also, nur mit OL, und wenn man mit etwas anderes handelt, dann nicht? Natürlich doch, haben wir insgesamt 600 verschiedene Sachen, wo wir handeln, ja? Ja, und wie würde das heißen, wenn man das mit Bitcoin macht? Genau, also haben wir auch die Zubehörungen in Aktienrohstoffen in diesen normalen Währungspaaren, ja? Ja. Ja, das System ist ganz einfach, ja? Mit diesem Subster, Sie können, also Sie bilden erstmal Ihre gewünschten Produkte, zuerst die bekommene Informationen von unseren Finansexperten, zum Beispiel, welches Produkt ist besser vorsicher, ja? Ähm, also welches Zeitpunkt ist besser verkaufen, verkaufen und so weiter, ja? Bei Ihnen jault da irgendwas im Hintergrund? Ja, ich hoffe, ehrlich zu sagen, ich, äh, also Ihre Stimme, äh, klingt auch so, sozusagen, also zweimal bekomme ich meine Stimme. Weiß ich nicht, aber ich meine, da im Hintergrund jault irgendwer, als hätte da einer Schmerzen. Ja, Herr Hockele, will ich vielleicht auf Lautsprecher jetzt, oder? Ja, ja, Sie sind auf Lautsprecher. Finden Sie, äh, also, das ist jetzt so sehr schwierig ist, Herr Hockele, weil bekomme ich zweimal Ihre Stimme. Ja. Ja, Herr Hockele, einen Moment, warte ich bitte ganz kurz, ja? Na klar, ich hab Zeit. Ja, ich hab Zeit. Mhm. Das ist aber wirklich nur bei dem Callcenter, so. Ja, bin ich wieder hier. Ja, super. Ja, super. Genau, bin ich wieder auf Lautsprecher, Herr Hockele, oder? Na, ich kann den leider nicht ausmachen, weil sonst höre ich Sie so schlecht. Ach so, okay. Dann ja, kann ich so mal so versuchen. Ja, okay, wie gesagt, ja, Hockele, ja, mit diesem Software, Sie können Ihre Investitionen versichern, ja? Mhm. Sie geben keinen Minus, ja? Also Ihre Investition, Sie machen damit keine direkte Verhältnisse, ja? Weil, wie gesagt, ja, wenn Sie zum Beispiel, äh, haben mit Öl Trade geöffnet und Preise sinkt, ja? Mhm. Sobald das auf Ihre Investition ankommt, Trade automatisch schon mal geschlossen ist, ja? Mhm. Das bedeutet, die schlimmsten Fall, Sie fänden dann einfach Gesine, was Sie zum Beispiel vorher als Gesine gemacht, ja? Aber mindestens, Sie können Ihre Investitionen wieder zurückzahlen, also immer zurücknehmen, ja? Ja. Ja. Genau. Ja, Hockele, mit welcher Summe wollen Sie einsteigen bei uns? Mit was für einer Summe soll ich denn einsteigen? Sie entscheiden das selbst, ja, aber minimale Summe ist 250 Euro. Ja, okay, das klingt ja erstmal ganz preisgünstig. Aha, okay, ververifizieren, ja, Hockele, erstmal, Sie brauchen Ihre Ausweiskopie, ja? Und zur Seite und Rückseite, und Sie können das jetzt gerne hochladen, ja? Äh, danach können wir Ihre Handlungskonfer aktivieren, ja? Ja, Hockele, Sie sind jetzt am Computer, oder? Ähm, den würde ich dann anmachen, wenn ich soll. Ja, ich würde anmachen, wenn ich soll. Nein, jetzt brauchen Sie, Herr Hockele, erstmal, jeder unserer Konten muss verifiziert sein, wie gesagt. Brauchen wir erstmal Ihre Ausweiskopie für Identifikation, sozusagen, und danach kann ich Ihnen dabei helfen, um Ihre Handlungskonfer zu öffnen, ja? Hm, na klar. Na klar. Genau. Ja, Hockele, machen wir es so, ja, Ihr habt Ihre E-Mail-Adresse, ich schicke jetzt einfach ein E-Mail mit Hallo, ja, und dann fotografieren Sie bitte Ihre Ausweis, dann schicken Sie mir bitte auf Fotos wieder zurück, ja? Hm, das, äh, na aber nicht per E-Mail, haben Sie da keine sichere Methode? Sie können direkt auf unserem Plattform auch aufladen. Okay, und haben Sie da auch einen Anbieter wie Postident oder so? Ein Moment. Hm. Warte, ich bitte ganz kurz. Ja, weil auf dem Handy, da habe ich schon so eine App, womit ich das machen kann, über Postident. Da habe ich das ja alles schon gespeichert, weil dann geht das viel schneller. Viel schneller. Hallo, Herr Patenmach, ja? Patenmach. Nee. Nee. Ja, doch. Möchten Sie uns nochmals verraschen? Noch ein paar Mal, ja, ich ruf bei euch noch ganz oft an. Oder umgekehrt, ihr ruft ja mich an. Du Arschloch, tschüss. Ja, bis später. Hallo, Bernard. Ja. Hi, this is Mia Walker from Sunset Trade. I'm calling, eh, regarding the application you left us, about the automating software. Mhm, und kannst du das auch auf Deutsch? Äh, do you speak English? Nee, ist ein deutscher Kanal. You can speak English? Ja, aber wir sprechen hier auf Deutsch. Äh, I, I don't speak. Just one second. Ja, da musst du mir mal jemanden geben, der Deutsch kann. Weil deutsche Leute auf Englisch zu bescheißen, ist echt kacke. Nicht, dass wir hier noch irgendwie ein Niveau bekommen oder so. Can you speak a little bit of English? Ja, wir können das auf Deutsch machen. English? Nee. Deutsch. Hol mal da einen, der Deutsch kann. Weil ausländische Sprache mag ich nicht so. Ja. Ja, geht das auch auf Deutsch? No, speak English, but I want to help you. Ja, da musst du auf Deutsch reden, weil sonst geht das nicht. On Monday, someone call you, okay? Ja, nee, auf Deutsch. Yes, speak English, yes. Ja, dann los. Okay, talk, good? Ja. Good. So, on Monday? Nee, jetzt? No, Sunday, Monday. No, warum nicht heute? Beautiful. Aha. Bye, bye. Toll. Na ja, sehr intelligent. Da kommt da jetzt noch was, oder? You still here? Da kommt da jetzt noch was? Which day? Which day? Hm. Tja. Kommt da noch einmal, oder? Guten Tag, spreche ich mit Herr Tony Salom? Bitte? Spreche ich mit Herr Tony Salom? Ja. Hier ist Amelie Miller von Firma Hashtrade, Herr Tony Salom. Sie sind gerade auf unserer Werbung angemeldet für Bitcoin-Company, für Online-Handel. Bei Hashtrade bin ich nicht. Also ich bin hier bei Elite Solutions rausgekommen. Bitcoin make money from Bitcoin-Api. Auf diese Werbung sind Sie angemeldet. Ja genau, und dann war die Seite Elite Solutions hier. Genau. Das ist unsere Werbung, Herr Tony Salom. Also die Seite Elite Solutions ist Werbung. Genau, das ist unsere Werbung, wo Sie aufmerksam geworden sind. Und Plattform, wo Sie können richtig handeln mit Bitcoin und mit anderen Kryptowährungen, das heißt Hashtrade. Deswegen habe ich Hashtrade gesagt. Ah ja, okay. Sagen Sie mir mal die Webseite, dass ich mir die aufrufen kann. Hashtrade.com Können Sie mir das buchstabieren? Habe, Heinrich. Ja. Das schicke ich Ihnen gleich per E-Mail. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja, ich kann auch warten. Aber Sie können es auch sagen, dann habe ich es ja schneller. Okay, Habe, Heinrich. Ja. Habe, Anton. Ja. Es ist Siegfried. Ja. Habe, Heinrich. Ja. Kaby, Theodor. Ja. Er wie Richard. Ja. Habe, Anton. Ja. Kaby, Dora. Ja. Er wie Emil. Ja. Kaby, Petra. Ja. Er wie Richard. Ja. Ja. Ovi, Otto. Hashtrade.pro. So, dann gucke ich mal einen Moment. Weil als ich mich hier angemeldet hatte bei die Hülle der Löwen, und da ist ja hier gleich dann die Seite Elite Solutions gekommen. Genau. Und jetzt ist das ja nochmal eine ganz andere Seite jetzt hier. Die kenne ich noch nicht. Genau. Also, das war der Punkt, wo Sie aufmerksam geworden. Ja. Und die Plattform, wo Sie können damit richtig handeln. Ja. Das heißt Hashtrade. Ach so. Bei den Dingen gleich eine informativen Nachricht. Ja. Per E-Mail. Ja. Und das können Sie auch nachschauen. Okay. Ja, dann schicken Sie mal per E-Mail. Ich gucke, dann kann mich ja dann... Das habe ich schon mal gemacht. Ach so, weil hier ist noch nichts gekommen bei mir. Ihre E-Mail-Adresse stimmt nicht. Da ist hier ein Fehler. Ich überprüfe das nochmal. Das ist t.tonysalom.d. Ach so, nee. Dann muss das automatisch da drin gewesen sein. Das ist eine ganz alte. Die habe ich nicht mehr. Also, vorne ist das richtig. Also, t.tonysalom. Und dann... Ja. Und dann et.m. Okay. D. Et.m.d. Ja. Dann ein c. C. Noch ein c. Noch ein c. Ein f. F. Ja, wie... Wie Christ. Ja, genau. Oder so. Dann ein u. U. Und ein n. Wie, äh... Ja, wie... N oder M? Ja, ein n. Also... N. Okay. N. Genau. Und dann .de. .de. Ja, genau. Ich korrigiere gleich. Hm. Da kommt dann auch die E-Mail an. Dauert auf dem Postfach manchmal ein bisschen. Aber da kommt auf jeden Fall dann auch die E-Mail an, die Sie mir dann da schicken. Hm. Ein Moment bitte. Ja. Willkommen gleich. Ich kann warten. Aber Ihre Benutzernahme, das wird Ihre alte E-Mail-Adresse, ja? Weil das wird automatisch eingegeben, deswegen das ist schon Ihre Benutzernahme. Ach so, okay. Aber das steht ja dann da bestimmt nochmal in der E-Mail drin, die Sie mir zuschicken. Oder... Genau. Ja, okay. Genau. Schauen Sie bitte jetzt nochmal. Ja, ich guck da mal rein. So, warte. Ich bin ja gerade noch auf der Startseite bei Ihnen auf der Webseite. Da muss ich mal kurz rüber. So, da ist mein Postfach. Ne, aber er ist noch nicht drin. Aber macht ja nichts. Ich kann ja schon mal meine E-Mail-Adresse, äh, meine E-Mail-Adresse hier reinschreiben. Genau, das können Sie auch machen. Oder soll Sie zum Beispiel WhatsApp benutzen, ich kann Ihnen eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ne, das geht schon so. Das Passwort, das ist dann 12345678, oder? Das sollten Sie automatisch bekommen per E-Mail. Aber weil Sie haben eine falsche E-Mail-Adresse, also alte E-Mail-Adresse eingegeben, deswegen funktioniert das nicht. Ja, das ist dann natürlich ärgerlich. Kann man das dann irgendwo ändern, dass man da, dass das geht? Okay, kommen Sie bitte auf die Seite von Hashtrade nochmal. Ja. Dann klicken Sie bitte auf Sign in. Achso, nochmal neu anmelden, dann meinen Sie. Nee, nee, nicht anmelden, sondern ich gebe Ihnen einmalig das Passwort und dann können Sie selbst korrigieren. Ja, genau, dann sagen Sie, dann schießen Sie mal los, dann schreibe ich das, ja, das Passwort. Okay. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja, na klar. Haben Sie schon Ihre alte E-Mail-Adresse eingegeben? Die habe ich schon drin, ja, genau. Okay. Geben Sie bitte das ist großes A. Ja, dann ein kleines A. Kleines A, genau. Und eins, zwei, drei. Achso, vier, fünf, sechs. Okay, das ist neu. So, dann probiere ich. Nee, geht aber auch nicht. Also, ich mache nochmal ein großes A, ein kleines A. Ah, sind Sie auf Hechtrade? Ja. Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben? T.sonysalom.outlook.de Ja, genau, die habe ich da. Alles mit kleinen Buchstaben. Mhm. So, ich mache nochmal hier A, großes A, kleines A und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau. So, der, der Benutzer wurde nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gesperrt. Okay, ich habe es frei geschaltet wieder. Ah ja, jetzt bin ich drin hier in dem Ding, ja? Mhm. Okay. Jetzt gehen Sie bitte auf mein Profil. Auf Ihr Profil? Wie heißen Sie denn? Nee, nee, auf mein Profil. Auf der linken Seite steht auf Ihrem Bildschirm, Deskort, Finanzen, Handel, Dokumente, mein Profil. Ja, das ist ja mein Profil, aber nicht Ihres. Herr T.sonysalom, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Na, ich habe hier so eine weiße Seite. Ähm, und da steht dann... Sehen Sie irgendwo drei horizontalische Striche? Sie meinen so ein Bürgermenü? Auf der linken Seite. Einen Bürgermenü habe ich hier nicht. Ähm, und sehen Sie irgendwo Deskort, Finanzen, Handel? Das sehe ich hier, ja. Das ist an der Seite hier, auf der linken Seite. Mein Profil? Da steht mein Profil, ja. Klicken Sie bitte drauf und danach persönliche Informationen ausfüllen. Ähm, ne, hier steht nur persönliche Informationen. Das Wort ausfüllen, das fehlt hier. Genau, klicken Sie auf persönliche Informationen und geben Sie bitte Ihre richtige E-Mail-Adresse dort. Ach so, warten Sie, dann gucke ich mal. Hier ist, äh, Vorname, Nachname, Geschlecht. Dann, äh, äh, Geburtsdatum, Sprache, Identifikationsnummer, Landstadt, Adresse, Postleitzahl. Äh, ja, jetzt hier die E-Mail, aber da kann man keine E-Mail-Adresse eingeben. Die ist so, so grau. Okay, dann geben Sie bitte es in Stadt oder Land und ich mache das für Sie. Ach so, im, im, ja, warten Sie, dann. Äh, dann muss ich mir die da mal reinschreiben. Also unter E-Mail steht noch alternative E-Mail-Adresse und da können Sie zum Beispiel selbst Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ach so, ja, dann kann ich das da machen. Dann mache ich jetzt t, punkt, t, o, n, i, s, a, l, o, m und dann, äh, et, ach nee, warten wir, äh, et, m, d, c, c, f, u, n.de. So, dann gehe ich jetzt auf Profil aktualisieren. Genau. Habe ich drin jetzt, ja? Okay, einen Moment bitte. Mhm, klar. Okay, jetzt schicke ich Ihnen eine neue E-Mail. Ja. Bei Geschlecht kann man ja nur männlich oder weiblich auswählen. Warum steht denn da nicht divers? Brauche Sie es? Das wäre schön, ja. Okay, dann ich werde es an unsere Rechtsabteilung Bescheid geben. Mhm. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich möchte zuerst fragen, ob Sie haben schon entschieden, mit wie viel Geld möchten Sie einsteigen? Weiß ich gar nicht, weil hier stand ja, dass man hier Millionär werden kann. Und, äh, das würde ich gern werden, ja. Okay. Herr Tony Salom, Sie sind für Anfänger-Kunde angemeldet. Auf dem Anfänger-Plattform. Das bedeutet also, Sie können bei uns Handelsprozess minimal mit 250 und maximal mit 1000 Euro anfangen. Ja. Mit 250 Euro, Sie schaffen, ab 10, maximal 25% Profiten bekommen. Mit 500 Euro, Sie schaffen, zum Beispiel, ungefähr 30% Profiten bekommen. Und mit 1000 und mehr Geld, natürlich, das wird noch mehr, ja. Das ist dann Ihre Entscheidung, mit wie viel Geld fangen Sie das alles an? Und, äh, ja. Ja, nachher, in der Werbung steht ja, ein Benutzer muss lediglich eine kleine Investition von 250 Euro tätigen. Und damit wird man dann Millionär. Genau, das ist der Interesse-Bettrag. 20 Millionen Euro kann man damit machen, steht hier. Genau, wenn Sie warten ungefähr 20 Jahre, dann schaffen Sie mit 250 Euro 20 Millionen bekommen. Achso, weil hier steht ja nicht, dass die 20 Jahre gebraucht haben. Ja, da steht auch nicht, wie viele Tage das braucht. Achso, ja, das stimmt. Das ist schon ärgerlich. Ich dachte, das geht schneller. Okay, Herr Zanisalam, also wenn Sie zum Beispiel mit mehr Geld anfangen, dann schaffen Sie Zeit minimieren, ja? Okay, wie viel muss man denn da reinstecken, dass man das bekommt? Ungefähr 100.000, 200.000, 500.000, ja? Nee, so viel Geld habe ich nicht. Okay, dann fangen Sie bitte zu euch mit 250.000, kriegen Sie einige Profiten dazu, dann lassen Sie bitte es auf Ihre Handelskonto. Und mit unseren Strategien und Informationen, was Sie bekommen von unserer Seite, Sie schaffen ungefähr, weiß ich nicht, 30-40% Profiten bekommen, ja? Hm, okay, das ist ja schon mal ganz nett. Also so 30-40%, das kriegt man ja bei der Bank heute nicht mehr. Wie bitte? Ich sage 30-40% klingt ja schon mal ganz nett. Das ist ja eine Menge, die kriegt man bei der Bank heute gar nicht mehr so. Genau, das hat diese Vorteile und Nachteile Onlinehandel, ja? Es dauert ein bisschen lang, aber damit Sie können große und gute Gewinnen machen. Ja, das ist gut. Also umso mehr, umso besser. Okay. Herr Zanisalam, darf ich fragen, was ist Ihre Stadtgehörigkeit? Aus welchem Land kommen Sie? Äh, ich bin aus Deutschland. Und Sie? Ich komme aus Italien. Ah ja, okay, das ist auch schön, das ist warm. Okay. Herr Zanisalam, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Haben Sie zum Beispiel Kreditkarte, Visa oder Master? Äh, na, warten Sie, da muss ich mal gucken. Ich habe auf jeden Fall zwei Karten. Eine ist auf jeden Fall von der Sparda-Bank. Okay. Und dann muss ich mal hier durchgucken. So, da habe ich, nee, das sind meine Pokémon-Karten. Da habe ich dann, nee, das ist eine Kinokarte. Äh, ah ja, hier habe ich noch eine, die ist so grau. Da kann ich auch mit bezahlen. Und was steht drauf? Äh, da steht drauf Amazon.de. Okay, ist das eine Amazon-Karte oder ist das eine Kreditkarte von Amazon? Na, so eine, ich glaube eine Kreditkarte, ja, so heißt das, glaube ich. Okay. Kartennummer auf dieser Karte, das fängt mit fünf oder mit vier? Sagen Sie, das ist mit einer vier hier. Also, das ist, genau, die kleinere Zahl. Okay, das ist eine 16-stellige Nummer, oder? Oh, da muss ich mal zählen, wie viele Nummern das sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, zwölzehn, 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 sechzehn Nummern sind da drauf, ja. Okay. Herr Tony-Salom, diktieren Sie bitte zu der Ablaufzeit. Wie lange ist Ihre Karte günstig? Sie meinen das Verfallsdatum. Genau. Ablaufdatum. Na, bei mir steht hier Verfallsdatum, aber das ist ja, glaube ich, das Gleiche. So, da, ähm, das ist dann 0223. 0223. Okay. Äh, jetzt brauche ich Kartennummer. Es soll mit vier anfangen, denn was kommt danach? Ach so, ja, da. Das ist dann die 4 und dann die 222 07 69 6148 2357. Okay. Ich werde das überprüfen. Ja. 4, 2, 2, 0, 7, 4, 6, 9, 6, 1, 4, 8, 2, 3, 5, 7. Manso, da war, glaube ich, irgendwo ein Fehler drin. Soll ich nochmal sagen? Genau. Ja, das ist, das ist, das ist dann die, die 4, 2, 2, 2, 0, 7, 6, 9, 6, 1, 4, 8, 2, 3, 5, 7. Okay. Ich brauche jetzt Kartenprüfnummer. Das ist dreistellige Nummer und steht auf der Rückseite. Eine zweistellige Nummer? Dreistellige Nummer. Ach, eine dreistellige Nummer. Warten Sie, dann. Ach ja, hier so eine, so eine ganz kleine, die erkennt man so schlecht, ja. Die ist so schräg. Ist, ist das dann die Nummer? Genau. Ich brauche diese dreistellige Nummer. Ja. So, warten Sie, da steht, äh, 023. 023, okay. Und Sie möchten Ihre Handelskarte mit wie viel Geld aktivieren? Naja, wie viel kann, wie viel muss ich denn? Also, fangen Sie bitte zu uns mit 250 Euro, dann können Sie einige Erfahrungen bekommen, äh, alles gut ausprobieren. Ja, okay. Und danach können Sie jetzt entscheiden, wie Sie weitermachen müssen. Ja, dann machen wir das erstmal so, wie Sie sagen, ja. Okay. Weil Sie sind ja da die Professionelle. Herr Zonsalom, äh, ich möchte auch fragen, wenn Sie etwas mit dieser Karte zahlen, wie bestätigen Sie nur mal diese Transaktionen? Bekommen Sie SMS-Code oder haben Sie Applikationen von Ihren Amazon-Karten? Ne, ne, ich sag immer nur, buch ab den Kram. Und dann machen die das. Im Laden muss ich das immer nur so ranhalten. Und bei Amazon, da schicken die mir dann einfach das zu, was ich haben will. Okay. Also, kann sein, dass Sie bekommen ein SMS-Code, aber Sie sollen sie danach diktieren, ja. Okay. Und erst danach wird Geld abgebucht. Ja, na klar, das kann ich machen. Also, falls Ihre Karte ist, äh, gesichert, ja. Falls nicht, dann Transaktion wird auch nicht, ähm, erfolgreich. Okay, und dann? Danach also Ihre Handelskonto wird schon aktiv und Sie schaffen ein wichtiges Handelsprozess anfangen. Ach so, aber das geht dann auch, wenn, wenn was, was schief geht, oder wie? Nein, also, wenn was schief geht, dann einfach passiert nichts. Ach so, ja, und was machen wir dann? Dann können Sie also ganz normale Online-Überweisung oder Bank-Überweisung machen. Ja. Ja, weil Sie sagen, ich muss ja da irgend so eine Nummer, da weiß ich gar nicht, was da für eine Nummer... Aber wir können ja mal probieren. Herr Kahn, dann kann ich fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 29, und Sie? 26. Oh ja, sehen Sie, das passt ja. Äh, Herr Zanizhalom, wie ich feste, Sie haben schon Erfahrungen in diesem Bereich, ja? Ne, eigentlich nicht. Okay. Herr Zanizhalom, diese Transaktion hat nicht geklappt, weil eine dreistellige Nummer war nicht korrekt. Oh ne. Ja, das ist hier so schlecht zu lesen, wissen Sie, das ist hier schon so abgeblättert, so ein bisschen, die Karte. Okay. Herr Zanizhalom, ich habe jetzt nicht mehr Zeit, ich soll jetzt schon gehen, aber ich bin ein schönes Wochenende, und viel Glück im Leben. Na, aber wollen wir nicht noch, denn mit Banküberweisung? Sie sind da? Hallo, das ist die Frage, Herr Zanizhalom. Wie bitte? Äh, ich rufe Sie vor Bernd. Ja, Bernd? Mein Name ist Regina. Ach, Regina. Und ich rufe Sie von Tag. Tagertrade, ja, wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz gut. Und selbst so? Ich bin gut zu... Also, ich spreche Deutsch ein bisschen, aber Sie registriert für einen Bitcoin-Profit-Konto, genau? Ja, hier mit Öl habe ich hier mich angemeldet. Ah, Sie sprachen mit einem Manager? Ne, mit Öl. Ich habe mich hier so mit Öl angemeldet. Ah, Sie sprachen mit Mia Walker. Mia Walker. Ja, mit Ihnen. Mhm. Also, äh, also, äh, wann können wir rufen Sie in Deutsch? Äh, am Montag. Was ist Zeit? Na, ist da keiner da, der Deutsch kann? Äh, und Samstag, äh, kein Deutschsprachemänner geht, Montag. Ach so, das kann ich ja nicht wissen. Das tut mir leid. Ich kann, ich kann, ähm, aber mein Deutsch ist nicht gut. Ja. Oh, oh, wie ist Zeit. Und nun? Also, Montag, äh, kein, äh, 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 montag-nein, not-nein-zeit. Was für ein Ding? Okay, was ist mit morgen? Morgen kann die deutsche Sprachmänner gerufen Sie, morgen? Ja, aber nicht vor zwölf. Nicht zwölf? Also nach zwölf. Ah, okay. Okay, danke schön für Ihre Zeit, Bernd. Jo, klar. Tschüss. Tüdelü. Schneidarmapparat, ich melde mich von CTR bezüglich Ihrer Registration für Onlinehandel. Sie sind der Herr Gerold Steiner am Apparat, ist das korrekt? Genau, das ist richtig. Wunderbar. Also wir rufen Sie jetzt an, um mit Ihnen ja Handelskonto zu eröffnen. Und dazu brauchen wir erstmal einige Informationen von Ihnen. Haben Sie denn schon Erfahrungen mit Onlinehandel? Nö, eigentlich nicht bis jetzt. Ihr Alter bitte? Mein Alter ist 29. 29. Gut, ähm, das machen Sie beruflich? Beruflich? Ja. Ah ja, okay, das hatte ich akustisch nicht verstanden. Äh, ich bin Müllfahrer. Müllfahrer. Und haben Sie Englischkenntnisse? Nö, gar nicht. Gar nicht. Gut. Gut, zweiter Schritt ist dann, Sie bekommen dann eine E-Mail zugeschickt an diese adf.de.ru.steiner.at.mdcc.fun.de. Und da können Sie dann über ein Link, Ihr Startguthaben hinterlegen. Das beträgt 250 Euro. Und im Anschluss bekommen Sie dann einen Accountmanager, der mit Ihnen dann alle weiteren Schritte besprechen kann. Gut, ich stelle jetzt die E-Mail zusammen. Und haben Sie Zugriff auf die E-Mail-Adresse momentan? Mhm, ich habe ja auch schon eine E-Mail von der Seite. Sie haben schon eine E-Mail erhalten? Äh, ja, sogar zwei. Äh, die erste, da ist ein... ist irgend so ein Code drin und die zweite mein Passwort, was ich eingegeben habe. Mhm, okay. Gut, ich schicke Ihnen jetzt das zu. Was kommt da noch jetzt? Ist ein Link, äh, über den können Sie dann die Einzahlung machen. Also von den 250 Euro, was Ihr Startguthaben sein wird. Achso, weil ich dachte, ich muss das hier auf der Seite einfallen. Nee, das machen Sie jetzt über einen Link. Ich schicke Ihnen das gerade zu. Ähm, Sie können dann Ihren Posteingang überprüfen. Hm, gucke ich mal. Haben Sie schon Zugeschickt? Ja. Oh, dann, äh, muss ich mal gucken, ob es vielleicht irgendwo anders angekommen ist zum Spammen, weil da ist... Ja, genau. ...nix da. Von der Seite habe ich ja schon da so einen Code bekommen. Ja. So, nee, hier ist nix drin. Nee, noch nicht, aber ich kann ja mal aktualisieren. Genau, mal anzumachen. So, dann kommen hier gerade noch so ein paar E-Mails an. Genau, ich habe gerade eine Meldung. Einen Moment Geduld, bitte. Ja, bleiben Sie kurz dran. Ich kläre da was ab. Mhm, okay. Tja, er wird jetzt wohl abklären, dass wir schon mal beide miteinander gesprochen haben. Was ne arme Sau, der arbeitet immer am Wochenende. Sind Sie noch dran? Ja, warum geht das jetzt nicht? Das habe ich jetzt nicht. Das wurde... Hm. Aufgrund der E-Mail-Adresse, die Sie benutzen, haben wir ja die Meldung bekommen, dass Sie kein seriöser Interessent sind. Ja, aber was hat das mit der E-Mail-Adresse zu tun? Ja, aufgrund der E-Mail-Adresse ist das so. Ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen. Ja, aber Sie können mich doch nicht einfach wegen meiner E-Mail-Adresse ausschließen. Doch, das Recht ist uns vorbehalten, dass auch in den AGBs so geschildert, dass wir, wenn wir den Verdacht haben, dass ein Klient nicht seriös ist oder nicht passend ist zum Unternehmen, dass wir dann kein Handelskonto anbieten. Das haben Sie aber falsch formuliert. Sie meinen wohl eher jemanden, den Sie nicht betrügen und bescheißen können. Aber das ist gut. Danke für den Hinweis. Dann nehme ich das nächste Mal eine andere E-Mail-Adresse. Ich will nicht Stellung zu diesem. Weißt du was, Spitzbold? Wir haben sogar beide schon miteinander gesprochen. Hallo? Ja. Guten Tag, mein Name ist Ute Hoffmann. Ja. Herr, ich höre mich doppelt. Was ist das Problem? Weiß ich nicht. Ich höre mich nicht doppelt. Sind Sie der Pferd ab? Ich kann es so nicht sprechen. Tschüss. Rufen Sie nochmal an. Guten Tag, hier ist nochmal Heinrich Schneider am Apparat. Hallo, guten Morgen, Herr Gerold Steiner. Ja. Herr Gerold Steiner, mein Name ist Olivia Allen. Ich rufe von Bitcoin Converse. Wir registrieren und machen über Bitcoin Handel machen. Wann denn? Heute. Like, ähm, mein Deutsch ist nicht so gut. Ich spreche sie Englisch. Nö, aber warum rufen Sie mich an, wenn Sie kein Deutsch können? Aha, okay. Haben Sie Interesse über Bitcoin Handel machen? Ja, ich bin jetzt hier auf so einer Seite. Hier, die Höhle der Löwen macht deutscher Bürgerreich und mit neuen Geheimsystemen. Und da habe ich mich jetzt gerade angemeldet, aber da geht es irgendwie nicht weiter. Also ich bleibe hier irgendwie auf der Seite. Okay. Ähm, ich bin Ihr Account Manager, so ich werde Ihnen helfen, zu kontraktivieren. Okay? Aha, dann sag mal die Seite, wie die heißt. Ähm, I'm sorry. Haben Sie Erfahrung oder das ist die erste Seite? Na, ich, die Seite, auf welcher Seite soll ich mich denn anmelden? Aha, okay. Ähm, Mr. Gerold, Minimum Minitial Investment, it is 52 Euro. Hm, 52 Euro. Aha, yes. Ähm, so, ähm, first of all, wie sind Sie? 29. 29. Okay, 29. 2, 9, ja? Ja, ja. 2, okay. Äh, haben Sie Arbeit? Ja, aber warum sitzen die da solche Dummbratzen wie dich hin? Aha, okay. Hm, tja. Ähm, sorry? Ja? Okay, äh, Mr. Gerold, my Deutsch is not so good. Can you speak English a little bit? Nö, habt ihr, ne, wir haben ja einen deutschen Kanal hier. Äh, habt ihr da keinen, der Deutsch sprechen kann? Äh, yes, wir haben ein deutsches Sprache-Kollege, so, ähm, they will call you back today. Ja, dann gib mir mal einen Intelligenten. Okay, okay. Bye-bye. Have a nice day. Aha. Ja, was denn du? Hallo? Ja? Hallo, ich heiße Jana. Ich rufe Frau Bittger-Württ. Wie heißt du? Äh, Steiner, mein Name, wieso? Mein Name ist Amber. Amber? Ja. Ah, ja, okay. Hm? Okay, so, haben Sie eine Intelligenten auf dem Bitcoin-Handel? Ja, schon. Und wieso? Wie kommen Sie jetzt da drauf? Okay. Ja, was denn? Hallo? Hallo, ja, ähm, so, ähm, aber. Weißen collar-Württ. Hallo, ja, ich bin das. Ja,t ja. Ich bin sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020